hallo meine freunde und herzlich herzlich willkommen auf meinem kanal schrägstrich video ich möchte euch willkommen heißen zu meinem kanal mit 1000 abonnenten wie bereits schon gesagt ich bin super dankbar und wie auch ihr schon sehen könnt ich habe ein mikrofon jetzt das heißt ich nuschel nicht mehr so heftig und ich spreche nicht so also so tief und laut das war halt ich wir sind jetzt ein bisschen professioneller geworden auf jeden fall ich habe schon so ein grinsen in meinem gesicht denn heute ist ein besonderer tag es ist endlich soweit ich konnte meinen vater überreden dass er endlich die löffel challenge macht also schrägstrich ihr wisst schon wenn ihr mich ein bisschen länger anschaut dann kennt ihr wahrscheinlich auch die löffel challenge und ich habe ja gesagt ja 800 abonnenten da mache ich es dann gab es verzögerungen und blablabla aber jetzt da löffel challenge mit meinem vater ich war da schon lange drauf und ich wollte noch kurz ankündigen ich habe meinen super tollen zettel hier ich möchte auf 1 2 3 kommentare eingehen das sind super tolle kommentare dieses mal habt ihr fleißig kommentiert der erste kommentar lautet von antje kaufmann ich würde auch gerne youtuber werden das ist mein traum beruf glaub ich glaube an dich weil ich dachte ich war ein niemand ein niemand also wir haben wirklich nur aus spaß wirklich komplett aus spaß so ein video gemacht ich hatte auch mal ich glaube vor diesem kanal hatte ich noch ein kanal das hieß adventure time mit nadine und peter also peter ist mein papa da wollten wir sowas ähnliches machen wie bullshit tv und chris traut sich alles das hat es hat sich dann aber niemand angeschaut dann schrägstrich ich mit meinen schrägstrichs dann haben wir es gelöscht und blablabla und ich glaube nicht einfach ein bisschen ausprobieren das klappt dann irgendwann schon auch die leute die das jetzt bin ich ins mikrofon rangekommen auch die leute die das jetzt anschauen antje an antje kaufmann schaut auf youtube abonniert sie dann hat sie motivation vielleicht wird sie dann auch mal youtuberin ich freue mich schon mal darauf wenn ich sehe dass sie 2 2 abonnenten hat oder keine ahnung dann von susanne kaiser macht doch mal wieder allen reaction das mit den reaction ich ich bin mir sicher das kommt gut an weil wir 19.000 aufrufe hatten letztes mal aber das problem ist auch diese reaction sind so kompliziert zu machen also das ist echt richtig richtig kompliziert auch die ganzen let's place deswegen würde ich mich freuen wenn ihr mich ein bisschen mehr unterstützen würde heißt video teilen liken und blablabla weil wir wirklich teilweise vier stunden an einem video allein zum schneiden sind dran hocken und dafür dass dann keine ahnung 3000 aufrufe gekriegt und ja trotzdem ich bin natürlich dankbar für 3000 aufrufe habe ich damit so ja es geht besser ich will ja jetzt nicht arrogant klingen aber naja das ist halt so ein geschäft einmal gut einmal schlecht ist okay dann von stefanie drescher einfach mal die wohnung verwüstet wegen letzten video die konfetti ja total recht weil also ich habe es ja mehr so in wohnzimmer ecke gemacht und deswegen flag das jetzt überall und mein papa hat sehr oft gesaugt und so und das geht halt jetzt alles nicht mehr aus dem teppich raus ich kann nur dazu sagen für 1000 abonnenten hallo das ist schon okay so und ich möchte mich auch noch mal für 1180 abonnenten bedanken also dankeschön an euch und ich habe euch alle liebt und wir fangen mit der challenge und ich gibt ihm so einen nacken klatscher bahn also wo wo ich gibt mir die brotbox warte ich so gib mir her die brotbox ich schaue rein nur obst drin hallo meine freunde und herzlich willkommen zu der level challenge meh 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 aber es geht noch nicht los denn ein paar leute wissen nicht was die level challenge ist meine zuschauer hier ich sage jetzt schon mal zuschauer hier haben früher bestimmt auch schon meine videos angeschaut und wissen deshalb dass ich eine löffel challenge gemacht habe also mein vater mit mir dann okay die läuft folgendes ein löffel wird zubereitet mit drei verschiedenen lebensmitteln die packt man alle gemischt drauf so dass das alles drauf passt da muss der andere den löffel im mund nehmen löffel weg sagt das ganze was drin ist musste dann erschmecken also richtig schmecken und ich bin ich habe richtig richtig ekeliges zeug besorgt was ich auch nicht einzeln essen würde deswegen freue ich mich schon mal auf mein papa peter und ja es läuft folgendes er muss drei löffel richtig haben das heißt ich gebe ihm ein löffel ist dieser löffel falsch muss er noch ein essen bist muss halt dann so viele essen bis er richtig ist dann muss das ganze zweimal wiederholen bis das hat richtig hat und deswegen könnte es sein dass ab und zu also dass es schon viele löffel werden deswegen freue ich mich das schon richtig drauf weil er mich gequält hat ich habe gekotzt ihr zum glück hat er nicht gewinnt aber ich habe gekotzt und ja ladies and gentlemen it's ready hier ist mein vater peter hallo meine freunde das ist das ist mein papa papa peter und das hier ist der erste löffel fixier fixier das sieht schon mal echt lecker aus bereit er hat seine taste da schon er sieht sehr sexy aus heute sieht soweit gut aus ihr habt den einen blenden ihr habt den einblender gesehen und ich würde sagen achtung mund auf das wird so ecklich okay das war's selbst also gar nicht schmeckst du das doch diese ganz starkes ding ich freue mich schon aber du solltest dich freuen weil der nächste wird ekliger eigentlich war der ziemlich leicht also du solltest du schon wissen aber tja papa ich freue mich ja es freut mich für dich okay dann geht es weiter mit dem 2 jetzt sagen okay hier haben wir den schönen löffel ihr wisst was drauf ist ihr schon hier erkennen kennt gell papa du musst kauen sonst schmeckst du es nicht weil das ist oberfläche ganz trocken okay das ist hardcore aber du schmeckst du schmackst du schmackst du schmackst du schmackst du schmackst du das riecht doch schon bis hier aber eigentlich hey das riech ich aber okay okay bist du bereit das ist kein papier das ist kein papier das andere musst du noch erraten du musst richtig beißen also richtig kauen zerkauen und zerkauen da ist das trinken brauchst du es? wo war das jetzt? beißen, kauen, zermalmen das ist was wie kohle oder so der hat den geschmack verloren, das gibt es noch nicht gibst du auf? das kenne ich nicht also wahrscheinlich hast du es noch nicht gegessen wenn ich es nicht kenne, kann ich auch nicht erraten alles quatsch, alles was wir gesagt haben war ja quatsch, die sind ja immer oberschlau ok schade schade marmelade dann papa gibt es einen dritten Löffel aber es ist eigentlich einfach ok aus hallo und da ist der Löffel den ihr gerade eingeblendet bekommen habt da er es ja nicht geschafft hat die letzten zwei male kriegt er jetzt einen leichten Löffel der aber, ich habe in der Kirche gekotzt weil das so stinkt aber gut, ist ok ok, Mund auf Mund der Blick eine gute Gurke ja auch Gurke ich will das ist sowas wie Mayonnaise mhm, ein anderes Wort für also das mit Kräutern ah ja marmelade was? marmelade richtig aber ich spüre nichts drittes das ist alles Gurke hier da ist was drittes dabei da ist was drittes dabei das ist voll richtig das ist das aller stärkste hm also dein geschmackswert ist sicher im Arsch ja das ist im Arsch das aller stärkste irgendwas habe ich jetzt geschluckt hier ist was ne auch Gurke doch ne definitiv definitiv nein echt jetzt du hast vorhin gesagt du willst kein langes Video machen wenn das so weiter geht ich kann da auch nichts für das ist voll einfach naja scheiß drauf ciao ein neues hier der schöne Löffel njam 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 so Mund auf mhm 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 zum Westen mhm mhm mos mhm 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 Okay, hier haben wir den Löffel, schön lecker, das rennt gleich runter und da ist mein Vater und er kriegt jetzt den Löffel. Achtung! Keine Ahnung. Hallo, ist doch nicht so schwer. Senf. Senf. Und Molade. Ja. Und... Nur. Nur. Keine Ahnung. Komm schon, das letzte ist mal zu Bommes. Nee. Errat ich nicht. Nee. Echt jetzt? Nee. Nee. Ist rot. Nö. Nee. Hall. Okay, okay. Ich hoffe mal, das ist hier der letzte Löffel. Okay, bereit? Ja. Mh. 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 Wieder Gurke. Ja. Gurke. Mh. 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 Schon weg? Na gut. Mh. 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 So, dieser schöne Löffel eigentlich ganz einfach zu erraten. Ja, einfach. Mh. Bist du bereit? Ja. Mh. 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 Hahah. Das ist die ganze Wohnung. Mh. Es ist doch nicht so schwer. Mh. Wasche? Ja. Und wun! Denk mir mal nach, was ist hart und wird dann warm, äh, wabbelig. Hm, hart und wird dann warm. Also, wird dann wabbelig. Wird ja nicht wabbelig. Wird, wenn es tocht. Das ist eigentlich ein bisschen das Ekelige. Boah, das kotzt dir auch gleich. Denk nach. Ja, hilft nachdenken, wann ich will. Brot? Brot, richtig? Brot? Ja. Das Weiche war Brot. Boah, ich kotzt dir. Echt jetzt? Nee. Echt nicht? Ist doch einfach. Warte, ähm, es ist... Irgendwas Weiches, war der Weich? Weich, ach, okay, das ist das, was du vorhin nicht erraten hast. Na ja, das ist so toll, was ich vorhin nicht erraten habe. Aber das benutzt du ja. Das, das, was du eigentlich, was dein Nachname ist. Mein Nachname? Ein bisschen. Kirschkerne. Nein, nein. Genau. Hä, dein Nachname. Was gibt es denn noch mit Kirsch? Kirsch, Kirsch, Marmelade. Richtig. Ja, aber das war doch nicht das Harte. Das Harte, habe ich gesagt, das mag ich nicht. Du magst vieles nicht. Nee, ich mag das überhaupt nicht. Also, das geht gar nicht. Nein. Äh, also, das kocht man. Was nicht? Das kocht man. Ja, toll. Tolle Hilfe. Ich hasse es über alles. Viele Leute essen es, aber ich nicht. Nach ohne. Warum soll ich mir so ein Scheiß auf gut Deutsch gesagt anhören? Nein. Ich komme nicht drauf. Auflösung? Ja, ich komme nicht drauf. Nudeln. Nudeln. Ja, auch nicht. Ja, auch nicht. Das mag ich nicht, gell? Ja, ja. Da haben wir unseren leckeren Löffel. Lecker, oder? Nadine hat gekocht lecker. Bereit? Ja, warte. Jetzt sein. Der Flick sagt alles. Aber wieder Gurke. Ja, Gurke. Wieder. Schlemmen. Zwiebeln? Die Röstzwiebeln? Nein? Doch. Und ganz was Ekliges. Nutella oder sowas. So ähnlich? So ähnlich. Schokosauce. Richtig. Das hat Spättern und geil. Noch eine, noch eine, bitte bitte. Das schau auch immer, dass vorne die Kamera geputzt ist. Ist ja. Okay. Sind Sie bereit? Ja, natürlich. Okay, dann. Und der Flick. Wieder Brot. Ja. Hä? Senf. Ja. Da ist nichts drittes drauf. Doch. Ja. Doch. Ich habe Schokosauce. Richtig. Oh, ja. Ich habe es. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Endlich. Go. Ja. Bye. Wie ihr schon gesehen habt, mein Papa ist nicht so gut in dem Spiel wie ich. Deswegen hätte er es nicht erraten, wäre das Video jetzt 50 Minuten lang. Aber er hat es ja getan, deswegen Lob an dich, Papa. Wie ihr schon sehen könnt, ich bin ziemlich müde. Auch allein, weil heute ja die Zeugnisvergabe ist von meiner Schule. Es sind die Sommerferien. Ich wünsche euch gute Sommerferien übrigens. Und deswegen konnte ich halt nicht schlafen. Deswegen bin ich einfach total müde. Und eine Sache mit dem Mikrofon ist, dass es einfach so ist, die ganzen alten Leute, auch ich rede allgemein und auch privat, da meine ganze Familie ja das Video anschaut, schauen auch meine alten Genossen zu. Das heißt, meine Oma schaut so. Hör aus. Und die sind jetzt nicht mehr ganz so, hören nicht mehr ganz so gut. Deswegen, ein Mikrofon ist natürlich schon ein bisschen besser. Da hört man mich. Das freut mich. Und natürlich, ich freue mich schon auf die Sommerferien. Ich hoffe, ihr auch. Denn ich habe ja ein Reaction-Video mal gemacht und es ist ziemlich gut angekommen. Ich habe vor, noch eins zu machen, weil ihr auch einfach so wünscht. Und ich will so euren Wünschen schon nachgehen. Das heißt, dann schreibt mir mal in die Kommentare, auf was ich reagieren soll. Also, ich habe schon seit Anfang an gesagt, ihr sollt mir schreiben, über was ich reden soll. Und bis heute habe ich es mir selber überlegt. Und das finde ich mies. Schreibt es in die Kommentare. Jetzt sofort, wenn ihr es bis hierhin geschaut habt, schreibt ihr runter in die Kommentare, auf was ich reagieren soll. Ganz einfach. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Sommerferien. Und nochmal die Frage, mache ich in den Sommerferien auch Videos? Ja, tue ich. Das freut mich, dass ich euch unterhalten kann. Bei mir ist schnurzlangweilig in den Sommerferien. Corona, ihr wisst schon. Und vergesst nicht. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.